Echt? Hast du nix mehr bekommen? Echt? Das ist doch scheiße. Wo ist die Problematik? Es ist nix mehr da. Nix mehr da. Die grauenhaft aussehen dafür aber extrem leckere Gemüselasagne. Ist aber glaube ich mittlerweile auch aus. Mit Aubergine. Monster Aubergine. Schaut euch das Gesicht an. So sieht kein glücklicher Konsument aus. Doch, der Rest ist gut. Der Rest, das besteht aber nur aus Aubergine. Das ist gar nicht wahr. Non Aubergine. Non Aubergine. Ein Auge. Es hat auch noch Aubergine im Auge. So. Oh, das sieht nicht lecker aus. Aber bei Kling und Freitag klingt es gut. Sogar Donnerstag. Ja. Die Frage ist, hat die Band heute eigentlich einen Rocker-Billy gespielt? Es ist mehr so... Hallo, lieber Aligo, lieber Aligo mal rum. Warum? Es muss ja nicht sein. Wir können doch so glücklich sein. Messe-Billy. Messe-Billy heute? Messe-Billy. Messe-Round. Messe-Round. Hier geht auch ab. Wie es im Vertrag steht, so, Varricades vor der Bühne. Aufgrund der Ekstase. Die extreme Ekstase. Ich wollte übrigens ganz kurz mal auf unseren Ersatz-Gott umschwenken. Musikmäßig Frankfurt, die Stimmung ist brillant und es gibt lecker Aubergine. Was gibt es sonst noch? Es gibt Ersatz-Götter. Oder auch die Albis-Ente. Nein, das bin ich. Oder es gibt dem Alkohol fröhende Blasmusiker. Ich trink Wasser, ich trink Wasser. Wasser, Wasser, schaut euch das an. Das ist Ansatz-Wodka. Ja, okay. Wir sind hier bei der Firma Klingel Fryduck. Und spielen eine kleine Besserparty. Es war eine Menge Leute schon da. Der Flüscher aus der alten Hackerei. Der Grauf und der Maskot Club in Zürich. Der André Tolber war da. Der spielt bei Kretsch mit seinem Trio. Geil, war total super. Ihr seid selber schon, wenn ihr nicht auf die Messe geht und euch so geile Eichs anschaut. Ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie alles da war. Es waren so viele Leute da. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Okay, alles klar. Macht's gut.